jo leute dabei wieder im start von den guten konsolenprofis mit wieder uno action dabei sind wir heute der gute krisse und der sven natürlich bei uno darf das natürlich nicht fehlen da geht nur zu dritt oder gar nicht ja dann gar nicht dann setzt man lieber wieder eine runde aus ja die tradition muss wird werden das hätte ich glaube ich bin ich das war jetzt hier traumhafter spielzug war das doch mal die scheiß war hier warst du was denn die scheiße ist optimal obwohl ich muss hier kam am anfang ist eigentlich scheiß egal was man wie viel kart man hat jetzt die hintergrundmusik die können doch aus dem billigen porno kommen ja es kommt auf an was du für pornos guckst hat vier oder was wissen dass sie die scheiße hier die fahrzeuge hat mache ich denn da jetzt geil alter ob er noch mal gelben hat wir müssen sie er ist hier nach hau der hielten drückst du mein gott was hat denn der typ da was ist er dann für drecksmuff raus er spielt ziemlich aggressiv spielt alle ich habe gefühlt alle karten zweimal auf der hand so erst mal aussetzen kollege müssen wir erst mal noch füttern so die spielen wir ja gut kann auch noch weiter spielen ja er kann doch hier war kein gelb hat mehr hat er noch ein alles saftig schmerzhaft auch nö was heißt hier auch nö die scheiße hin oder lass es ich lasse es ja siehst du das ich habe nicht mal hier jetzt muss ich hier das spielen gelb auch nö der kam aus dem hinterhalt das wollte ich gerade sagen hatte ich muss es geht und gar das jetzt auch kompakt auch noch ein drauf willst du mich verarschen jetzt hat er was gelegen und dann legt er wieder geld meine güte der alder und noch mal gelb weil es so schön ist die schöne kälte das dick das ist mir egal die farben das ist scheiße egal tauschen auch mit mir man was machst du denn für ein move noch mal wieder zurücktauschen ich werde jetzt testen eine karte weniger ich habe meine karten noch das war echt ganz heftiges ding oh jetzt ist es wieder karte alter ich habe voll schüttelfrost wahnsinn das war heftig oder der kam aus dem nichts das war delicious surprise ich habe meine sieben weg und habe auch für meine karten noch das war mir ich bin doch ist jetzt die frage dahinter die folge gefallen hat sie wirst du daumen nach oben